Andreas Vogelsammer, zuletzt gab es ein 1-1 bei Union Berlin. Jetzt gegen Darmstadt könnte der Punkt vergoldet werden mit einem Sieg. Wie kann das gelingen? Wichtig für uns ist, dass wir einfach unser Spiel durchziehen, mutig sind, mit Vertrauen in das System reingehen und versuchen, unser Ding da durchzuziehen. Was uns dann erwarten wird, das werden wir dann sehen. Durch das, dass sie einen neuen Trainer haben, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, wir müssen unser Spiel durchziehen, mutig sein, auf unsere Stärken uns besinnen und dann denke ich mal, können wir ein ordentliches Ergebnis daraus erzielen. Darmstadt wird ja wahrscheinlich eher tief stehen, auf Konter lauern, ihr müsst das Spiel machen. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Für jede Mannschaft in der 2. Liga ist es häufig schwierig, außer jetzt vielleicht HSV und Köln, vielleicht für die auch manchmal. Wie geht ihr damit um? Ja, ich meine, wir wollen ja auch viel Ballbesitz haben und deswegen ist es unsere Aufgabe, dafür Lösungen zu finden. Und klar ist das nicht einfach, aber wir haben unsere Lösungen und wir wissen, wie wir es machen wollen. Wenn wir das umsetzen, dann werden wir zu Chancen kommen und da gilt es halt dann einfach, die zu nutzen. Uwe Neuss ist jetzt seit 10. Dezember in Bielefeld, hat das System umgestellt auf 4-3-3. Vorher war es ein 4-2-2. Du warst einer der Stürmer in der Regel, jetzt spielst du auf der linken Außenbahn. Wie bekommt dir die Umstellung in Anführungsstrichen und fühlst du dich inzwischen wohl in der neuen Rolle? Ja, ich glaube mal, die letzten Spiele waren jetzt nicht so schlecht von mir, dass ich da sage, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Klar ist es ungewohnt gewesen anfangs für mich, auch die Automatismen vorne drin sind natürlich mehr da bei mir, aber das kommt ja auch alles mit der Zeit und ich denke mal, dass ich auf einem guten Weg bin und da muss ich einfach dranbleiben, weiter hart arbeiten und dann denke ich mal, ist da auch noch Luft nach oben. Du hast eben im Vorgespräch verraten, dass du im Prinzip, auch wenn Training ist, jeden Tag noch ins Fitnessstudio gehst. Da fragt man sich natürlich als Laie oder könnte man sich fragen, was macht der da, macht der da zu viel oder was genau macht der und hilft ihm das oder schadet ihm oder kannst du mal kurz erklären, wie so dein Ziel ist und der Weg auch? Ja, Ziel ist immer, sich zu verbessern, egal in welcher Hinsicht, auf dem Platz, im athletischen Bereich. Klar ist es, wenn wir mega harte Einheiten haben, dass ich da nur im regenerativen Bereich, im Fitnessstudio arbeite, mich ausrolle, mich dehnen und so weiter. Fitnessstudio heißt ja nicht gleich immer Pumpen und nur Vollgas, das stimmt ja so gar nicht. Ich versuche einfach einen gesunden Mix daraus zu finden und ich denke mal, den habe ich und den werde ich auch weiter so verfolgen. Und sogar beim Training im Fitnessstudio spielt der Aberglaube eine Rolle, hast du eben erzählt. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Ja, ich meine, wenn ich ein gutes Spiel mache und ein Tor mache, dann versuche ich natürlich so ähnliche Übungen oder die gleichen Übungen in der Woche darauf wieder zu machen, weil es halt dann einfach, ja, Fußballer sind halt auch oftmals so, dass sie ein bisschen abergläubisch sind und das mache ich halt dann auch. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg erst mal am Sonntag. Danke.